Die Weihnachtsfrau hat heute viele Weihnachtsgeschenke eingepackt und ist etwas erschöpft. Sie macht eine kleine Pause und mischt sich ein Erfrischungsgetränk aus Wasser und Brause. Dazu füllt sie ein Glas mit Wasser, schüttet ein Päckchen Brausepulver hinein und rührt das Getränk mit einem Metalllöffel um. Dabei stößt sie immer wieder mit dem Löffel gegen die Glaswand. Was hört sie? Tipp! Wenn ihr mögt, könnt ihr die Füfox-App auf einem Smartphone zur Hilfe nehmen. Nutzt die Anwendung Audiospektrum oder Frequenzverlauf. Wie ein Martinshorn.